Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja. Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine fünf Minuten überleben. Nein, nein, ich kriege das hin. Nein. Ich mache es. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie, Sie werden laufen. Ich muss irgendwie an diesem Osmanen vorbei. Ich gehe auf und ich lege die Luftwaffe. Die Schreiber sind in der Mitte. Oh, 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 oh! Ich sage dich, ich sage dir das einige. Geh da, ich sage dir das! Was ist das? Das war's für heute. Oh Fuck that Man wird's nicht denken können habe ich aber nicht nein das hast du nicht Guter Schuss Ach naja also ich hab ihn da draußen gesehen und ich Der Feind ringt und überall zurück Doch dich's mir Bischoff melden sie der Etappe das hier vorrücken Keine Sorge ich komm schon zurecht Kopf unten halten in Deckung bleiben Kapiert Ja Ich muss zum Etappenkommando Warte wo sind die denn alle Für alle die es noch von keinem Mildegänger wissen die Stellung der Entente ist verloren Artillerie sichert den Rückzug zum Strand Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen Scheiße Verdammte Briten Feuern auf ihre eigene Stellung um ihren Rückzug zu sichern Artillerie Jetschaude, verdammt! Jetschaude, verdammt! Du bist dann auch der Tore! Wird ein und ich bin in Await lähmen! Ich bin ein, und ich bin ein und ich bin ein. Aber du bist in der Halle. Okay, wo steckt Whitehall? Still yourselves, you could do this! Whitehall, Neuigkeiten von der Etappe. Vergessen Sie's. Erst helfen Sie uns! Macht euch bereit, Männer! Ja, kommt da! Da kommen sie wieder, Jungs! Schlag sie zurück! Guter Schuss, Fischer! Bleibt standhaft! Nein! Durchhalten, Männer! Schuss! 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 Schuss... Schuss! 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 Schau! Ja, fahrt zur Hölle! Verschwindet von hier! Rückzug auf ganzer Linie. Die Artillerie wird uns Deckung geben. Wir müssen hier weg, los. Gut. Ich habe Männer zur Festung geschickt. Die sind tot. Wen denn? Nur die Freiwilligen natürlich, also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja, wie das ist in diesem Alter. Förster. Scheiße. Ich muss zu ihm. Los. Ich sage, ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch, kann nicht. Ein Toter mehr, mit dem ich leben muss. Los, los, sie haben nicht viel Zeit. Los. Untertitelung des ZDF, 2020